Mach so. Gib mir mal ein Video. Nein. Was hast du da gemacht? Sixpack. Ja. Ich bin so ein Schwuller schon wieder hoch. Warum hast du Pappe nicht geschnitten? Wer Pappe? Alter, du musst dir auch Arbeit lieber lassen, oder? Du musst dir damit danken, dass du Arbeit hast. Du musst auch abteilen. Halb, halb. Ist das der neue Hauerer oder dein Bruder? Hauerer. Schwuler Bruder oder das normale? Frag ihm. Ganz normal. Wieso suchst du einen Schwulen? Brauchst du einen Schwulen? Nein. Ja. Noch nicht. Vielleicht habe ich einen in Facebook. Noch nicht. Kann ich da besorgen. Ja.